Klar verloren gegen die Eintracht. Dabei war es ja am Anfang ein Spiel auf Augenhöhe, da habt ihr euch schon ein bisschen was ausgerechnet. Wie hast du das Spiel die 90 Minuten insgesamt gesehen? Ich glaube, am Ende war der froh, dass es dann abgefiffen wurde. Ja, stimmt. Also gerade die ersten 20 Minuten, finde ich, haben wir richtig guten Fußball gespielt. Gut nach vorne, schnelle Pässe. Hatten auch die Chancen für ein Tor zu machen. Fangen wir uns natürlich dann ein, zwei richtig dumme Dinge an. Haben danach nicht aufgesteckt. Trotzdem noch die Chance gehabt, den Anschluss zu machen und dann gehst du anders in die Halbzeit. Wir haben uns viel vorgenommen, als wir rauskamen. Haben dann natürlich schnell das 3-0 gefangen und damit war es dann langsam ein bisschen gebrochen. Und ja, 5-0 ist meiner Meinung nach auch zu hoch, aber die Kraft hat am Ende auch einfach gefehlt. Und sie waren auch sehr gut besetzt, das muss man auch sagen. Also alles in allem hatten wir einen schweren Gegner.